Ich bin so creepy. Hallo und herzlich willkommen. Mein Thema heute, meine Lippen funktionieren nicht mehr. Kein Wunder, dass mich meine Eltern verstoßen haben. Mit der Brille. Na Kleine, wie heißt du? Werbel. So gut ist es Hutsi-Mutsi, so Puffi-Muffi-Schnucke-Häschen, das ganz Kille-Kille-Schmusi lieb zu ihr ist und endlich dafür sorgt, dass sie wieder vernünftig redet. Ich hätte mal wieder so richtig Lust auf ein großes, saftiges Würstchen-Bürschchen. Ciao, bin ich ein feinfühlig italienischer Mann und suche junge Frau für alles Schöne im Leben. Fahr dich anschließend noch heim. Ich möchte nicht alleine durch den Weltuntergang gehen. Meine Hobbys sind Faulen beim Fußball und Joggen. Hu, i, hu, ah, ah, ting, ting, walla, walla, bing, bing. Hu, i, hu, ah, ah, ting, ting, walla, walla, bing, bing. Ich bin so eine Wucht, was meinst du dazu, Würmli? Hä, hallo, bist du noch da? Würmli? Hallo? Hallo? Vielen Dank.